Vielleicht bist du der einzige Junge bei uns. Aber wenn dir Eiskunstlauf gefällt, dann sei doch der Erste. Du musst entscheiden, welchen Weg du nimmst. Ob du zögerst und zauderst oder vorwärts springst. Du traust dich aufs Eis und dein Herz rast wie wild. Spür die Knie, wie sie zittern, denn du weißt, dass es geht. Hab den Mut und wag den Sprung, frisch und unverzagt. Sag den Sprung, egal was man dir sagt. Wenn es auch nicht einfach ist, zeig allen, wer du wirklich bist. Alles ändert sich. Wagst du den Sprung für dich? In Ordnung, ich bin dabei. Fantastisch. Willkommen bei uns, Hugo. Du fliegst durch die Luft und du drehst dich mit Sprung. Alles lässt sich erreichen, denn du wagst diesen Sprung. Also mach es einfach, wag den Sprung. Frisch und unverzagt. Wag den Sprung. Für dich. Egal was man dir sagt. Rufe laut, seht her, ich kann's. Sprühe vor Elan und Glanz. Alles ändert sich. Wagst du den Sprung für dich? Darum sage ich. Ich wag den Sprung für dich. Tschüss. Mont lern люft. Nein. Mist. Untertitelung des ZDF, 2020